Jo Leute, willkommen zu nächsten Folgen von Minecraft Beta Jo, ich würde sagen, ähm, sind wir ab zu Hause hier Und jetzt gilt es, was ich neu zu sortieren Na ja, im Saisen Eintritt habe ich nicht verloren Und ich muss jetzt mal zum Mal mit uns anfangen Ich wollte jetzt auch mal leiser, weil, naja, bis jetzt noch So, rein in den Pool, bäm Hallo Baum Was geht ab, Bro? 1, 2, 3, 4, 5 Zack, hab ich noch Steine, ganz zufällig Im Hoseleun Hey, Cupboard Da kommen wir weit mit dem Porsche rein Ha, ich sag's doch nicht, Leute, ich brauche so einen Porsche aus Minecraft Oder eben Minecraft, besser wie gesagt, ich hab ganz viel Cobblestone, das ist schon mal gut Das wird das Holz auch nicht anfangen Das war sehr, sehr gut So, zack, zack Da springen wir später hinterher Die man so nicht craftet So, komm mal ne Schaufel Easy Stuff Zack, zack, und dann haben wir unser Schwert auch schon bereit Ah, nicht, klar Und das ist auch so wie ein paar Ich weiß, ob wir hier So wie料 deserve Also, wenn wir hier Beispiel janinein sterbe Einzelgänger, ne da sind dann seine Cousins jetzt hier, sehr gut, wirklich geil, schön viel Abendessen, geil, zack, 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 da kommen sie aus tief wieder ein paar neue Schnitzel craften, 5 Schnitzel, ey, boah, mehr Sex eigentlich, ne, geil, nomatik, da kann ich mir richtig schön gönnen, ey, 5 Schnitzel, ja gut, dass ich auch, ne, 5 Schnitzel sind ja nicht kein Problem, also, easy, easy, wenn man nicht Hunger hat, ne, dann kann ich auch nur 5,6 Schnitzel essen, keine Ahnung, easy, Könnt ihr das einfach nicht, so peinlich, ey, mann, 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 ich hab nur gehabt, zwei so neue Zapplings, Das ist noch mehr Schnitzel, alter, der wird so fett, der Steve, ne, nächste Folge nochmal, mach den mal fett, oder, in so einem Sektabberg, wenn er wieder richtig fett, so, Dynamik, Gewicht, Wird immer cool, wie geht das an Andreas damals, ey, Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gesehen habt, wenn ich so ein random Video einfach mal, wo ich den Scheiß gebaut hab, Okay, das an Andreas wurde fett, der CJ, Ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht, ob er ganz viele Burger gegessen hat und Pizza und so, ne, Hat er gekotzt und nun wurde richtig fett, so 100% fett oder nicht, aber so, und verlaufen, richtig verbildlich und so, ne, Ey, ich kann vielleicht mal so Video auf YouTube angucken, hr, Ich muss ja nicht meine Video angucken, ist ja eh scheiße, ne, hm, Jo, So, ich will vielleicht eventuell nächste vorgemahrene Thema ansprechen, Ich hoffe mal, dass ich es bis dahin noch weiß, oh man, Es sieht in der Zeit noch aus, vier Minuten, naja, ich könnte vielleicht jetzt mal ansprechen, Ich stehe jetzt vor allem, dass ich mich vergesse, Und zwar, ich habe noch Bock auf Minecraft, hm, hm, Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie nicht mehr so richtig wie früher, ne, Ich weiß, das kam irgendwie so seit, Alles, geschätzt würde ich, sagen, 2018 an so Ich glaube, der Sommerfeld wird das gasoline, schau doch noch Bock auf Й appeal oder Sexual frightEN 6funding aber Aber ich finde, dieėse weiter gar nicht mehr, Ich hoffe da haste wir jetzt eigentlich schon, Krass zu Katz oder innen, Ich hoffe das Moment immer, ich lade auch noch ganz innen, So, und dann kommt es, immer weniger so gefühl ich weiß ich habe auch immer weniger minecraft die die motivation frage ist immer gleich und so weißt du keine ahnung und zwei in der welt und im holz aufbauen und alles und ich will schon sechs jahre schon jetzt mal kauft hier im kanal das ist auch langweilig und dann können wir die abwärts nicht ändern und ja keine ahnung ist meine meinung obwohl wir die letzten monaten ich glaube wir haben etwas mehr im hype war so wenig wie dem update da kommt jetzt gegenteil das hat wir mit einem bock auf meinung tatsächlich habe ich so rausgehört dass wir besser sein als ford und ich weiß nicht andere sind schon dass wir uns größer sein neue features und so verstehen wie die leute bien gewünscht haben wir gut und wollen uns halt machen irgendwie haben muss man sich nicht mehr so richtig nach oben und selber macht naja ich habe ja ich habe ja wirklich anzufangen so wo man so zu holen und man sich auch um zu arbeiten wie wieder so langweilig na ja ich weiß ja ich habe mir seit mittel 208 so Ich weiß es nicht, das macht sonst ungefähr ein Gefühl so, weil nicht ganz, ich weiß nicht mehr was vom Kopf so genau Aber irgendwie, man andere Sachen haben ja Spaß und ne? Einfach cool also, da FIFA zum Beispiel von A1 oder Zins oder so, ich spiele jetzt gerne Natürlich GTA natürlich, easy Da, schon was, geil Könnte ich auch noch nicht mehr spielen wieder Wenn meine Freunde mehr weg ist Und da kann man wieder schön gitarren, easy Schon geil Ja Wenn man eher irgendwie mit Michael verständlichen Größen rein, ich weiß nicht, wo das mal wiederkommt Und was ich auch noch sagen muss, ist ja nicht, dass ihr erst seit 5,5, ja und erst mal gespielt, sondern schon seit... Acht ja, ich weiß es glaube ich schon, oder siebenmal halb, ne? Ich wollte gerne in Minecraft immer, wenn sie immer in der Szene macht, so, ne? Ja, damit sie machen auch langweilig und irgendwie... Keine Ahnung Ich weiß ob ihr die Meinung teilen könnt Ich kann auch gerne mal in der Szene schreiben Und irgendwie, hm, ja Ich hab jetzt irgendwie mal sehen, muss ich los auf Minecraft tatsächlich Ich kann es nicht weiter bringen So, die breche ich natürlich angefangen habe und so Und hier läuft natürlich weiter, ist klar Es ist zu viel Bock habe ich dann doch noch drauf Es ist jetzt aber jetzt einfach alles beendet mit Minecraft hier Aber, ja, so viel verloren und direkt hat jetzt wohl nicht... Irgendwie, ja, die Motivation irgendwie weg Ich hätte ja auch weniger Zeit, weil wir dann natürlich auch weniger Zeit haben, ist klar Ich hab auch schon genug, schon was gesagt Ja, ich hab ihn dann noch einmal Wenn ich jetzt interessiert, dann... ...koppel eine ältere Folge Und aber... ...ja, ich weiß nicht Wenn ich... ...die bin jetzt feiert, als ich hab, dann nutze ich den Dörfer für was Das will ich sparen und so noch, ne Und ich bin so ein bisschen mit langweilig, so... Ich bin ehrlicher Meinung Na... Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen Äh... Wollt ich mal so viel FIFA-Zock oder GTR halten, na... Das hab ich einfach lieber und, ähm... ...hat sich auch mal so entwickelt Ich hab natürlich vorher schon immer gerne gespielt, aber... ...schon, ne Sehr gut, jetzt... ...zehn Jahre ungefähr Ja, schon länger, länger, länger Ich weiß nicht, was war mein erstes FIFA? Erstes FIFA? Ja, müsste schon fast... ...wie weiß er doch ein Deutscher hat sich tatsächlich schon gewesen sein Ja, ich denke FIFA hat so viel wie schon seit... ...ja... ...ja... ...wie was hat das in 3... ...ich weiß ich... ...kann er schon seit... ...geschätzt 13, 14 Jahre spielen... ...das Jahr zu spielen... ...ich weiß ungefähr so... ...möglich, würde ich mal sagen... ...ja... ...ja... ...und wie die Rechen ist ja aktiv schon seit mehreren, zehn Jahre... ...seil FIFA-L ist zur Zeit ungefähr... ...wie schon wenigstens ja sehr gerne... Ich wohne heute viele Schweine so an Aber ich weiß nicht ob ich hab Da bin ich mich auf Hyper-Middy Wollte mich nicht mehr wiederkommen Und auch natürlich Man spielt es mit den Kindern natürlich Das hier schon ein bisschen Kreativität fördern Wenn ihr da Tipps geht Dann können wir am besten hier So ein paar Schweine ausrottet Na Richtig geil Ganz hohe Erziehung Wie heute war ein Schweine aus Ich weiß nicht ob das hier noch ein bisschen anderes Gefühl noch so Mal so ein bisschen mit Kitzeln Mal ein bisschen spiel jetzt wo Minecraft Na Durch den ersten Na In 15 Jahren natürlich Erst hier in 15 Jahren Wenn ich oft noch existiert weiß ich natürlich nicht Aber Um Schätzen her Ländern eventuell da Also also dass ich irgendwie jetzt Ein Monat sein Wo ich hab jetzt Football auf Minecraft Ja Sieh nie weg Sorry Ja Mein wird alles voller Parkjobs Und Ich würde sagen Ich bin über die Vorderung an der Stelle Ich hab euch jetzt gefallen Schauen wir mal an Wenn wir uns in die Kommentare Ich würde sagen Leute Hau rein Das schreibt Bluetooth wieder Und ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal